Ich habe heute Geburtstag und bin der Beste. Nein, bin ich nicht. Ist aber egal. Ja gut, ich bin jetzt ein Jahr alt und zum Dank dafür habe ich ein Gewinnspiel gemacht, was ich aber heute auflösen wollte und deswegen schon vorher anfangen musste. Und da gab es zu gewinnen einmal Shogun 2 und Memoria. Und dann habe ich noch ein kleines Gewinnspiel gemacht in einem Die All das Kurz Online Video. Da ging es um die All das Kurz Online, wer hat es gedacht? Und ja gut, die drei Gewinner sind die folgenden. Otto der Punkt, 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 der gewinnt Shogun. Der dann, der Nikolaus Müller, der gewinnt Memoria. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, wer war das denn jetzt? Michael Andersson gewinnt die All das Kurz Online. So, ja. Das war das Gewinnspiel. Ansonsten wollte ich mich einfach bedanken für das tolle Jahr. Das war wirklich geil. Für die 500 Abonnenten, die ich erreicht habe. Dafür, dass irgendwie 1000 Leute, obwohl ich nur 500 Abonnenten habe, mich angucken. Und ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Es tut mir leid, das ist jetzt ein recht kurzes Ein-Jahres-Special. Das ist wirklich scheiße. Ich wollte mich eigentlich ransetzen und alle aus allen Videos zusammenschneiden. Nur dann ist mir aufgefallen, ich finde meine alten Videos scheiße. Deswegen wird zwar ein Best-Of kommen, aber da ich keine Lust habe, so ziemlich das anzugucken, muss ich irgendjemanden fragen, ob der das für mich macht. Und wenn das jemand für mich macht, dann kriegt der irgendwas, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich dann irgendwie ein Best-Of kommen. Das wird dann kommen und dafür werde ich mich dann auch nochmal bedanken. Aber das war jetzt erstmal mein toller Geburtstag. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Doch sogar. Als kleine Information sogar noch. Ultimate Chicken Horse hat, wenn ihr das seht, gestern angefangen. Das wird alle zwei Tage kommen. Und es wird ein bisschen zumindest kommen, weil momentan habe ich, glaube ich, drei Folgen. Aufgenommen mit Konsolenschwein. Und alleine macht es halt keinen Spaß anzugucken, das weiß ich selber. Und deswegen werde ich, wenn jetzt sozusagen drei Tage kommen und wenn ich dann nochmal irgendwie Zeit habe, finde mit Konsolenschwein, wird da auch nochmal was kommen. Die Elder Scrolls Online wird weitergehen. Muss ich nur gucken, wann und wie. Theoretisch könnte es auch, wenn ihr das seht, morgen weitergehen. Und ja. Ansonsten gibt es nichts zu sagen außer Danke. Schönen Tag noch. Bleibt feucht und adieu. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.